Hey Leute, wir spielen weiter Kaizo Mario, wir sind in der Special World, ich hab das ein bis zweimal bis dreimal hier durchgespielt, die Special World Und ja, es ging so lala, auf jeden Fall Ähm, wir speichern hier nochmal ab und dann gehen wir gleich ins erste Level rein 7 Uhr morgens bei mir Ich hab ja eh nichts anderes zu tun, als erstes Mal lassen wir uns hier runter und das war gar nicht mal so scheiße für den ersten Jump hier gerade Denn ihr seht schon, wie das Grundprinzip ist bei dieser Stelle Sucht ihr den richtigen Fisch und dann spring los Welcher ist der richtige? Fast, das ist der richtige Guck mal, der kann, der kann gut kommen, der kommt doch gut Okay Okay Okay, okay, okay. Äh, ja. Crollenblock, wir lieben sie alle. Nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, komm her. Banzai. Nein, du Scheiß. Und ja, was soll ich großartig erzählen? Denn ich werde hier gerade ein bisschen von dieser Stelle gefistet. Und das nervt mich richtig gerade. Aber sowas von. Oh, du Scheiß, ey. Stimmt, da war ja was. Okay, das war lustig. Da sah es lustig aus. Oh, dieser Scheiß-Penner, ey. Oh Gott, ist das ein Scheiß-Level. Wuhu. Wuhu. Bin ich richtig angetan von, ey. Richtig, ey. Das ist die Asiatentechnik. Kennen wir ja hier schon, ne. Das ist die Asiatentechnik. Oh Mann, du Scheiß, ey. Ey, sonst. Ey, ich renne hier normalerweise durch in diesem Abschnitt, ey. Oh, Scheiß. Shit, nein, du Scheiß, ey. Ich kriege die ganze Shit nochmal, ey. Oh Mann. So, hier. Und jetzt hier. Hier, so. Nochmal. Nochmal den richtigen Fisch abwarten. Ich glaube, ich mache hier eventuell jedes Level einzeln. Mal sehen. Ne, ich glaube, ich mache jedes Level einzeln. So prohaft bin ich hier halt auch noch nicht, aber... Nee. Warte. Der kommt eigentlich nicht schlecht. Obwohl, nee. Der fliegt zu weit. Nee, der ist auch zu weit. Der. Nee. Oh, nun komm, ey. Von links bräuch ich einen guten Fisch. Der Fisch. Der Fisch. Okay. 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 Oh Mann, fuck it. Ah, fuck it. Oh Mann. Was ist denn das, ey? Ey, ey, nee. Im Test, da ging das aber hier ein bisschen besser, ne? Im Test hier. So im Probelauf, ne? Also da hätte ich jetzt aber ein bisschen mehr erwartet. Also das, nee, komm. Okay, ich hatte es auf jeden Fall. Oh Mann, du scheiß Penner, ey. Ich hab ja den jetzt hier ausgesucht. Und das funktioniert auch. Ich hab's ja gezeigt, dass es geht. Es sind halt diese, ey, es ist so schwer einzuschätzen hier. Okay. Oh, fuck it. Oh Mann. Mein Gott, ist das ein Scheiß-Level, ey. Sag mal. Okay, so. Okay, ganz ruhig. Okay, okay, ne? Okay, okay. Okay, okay. Oh, ich brauch doch diesen scheiß Panzer, ey. Na, endlich. So, jetzt hier da durch und dann haben wir es eigentlich nur gleich. Und das ist jetzt hier auch wieder so eine Geschichte für sich. Ne, ich glaub ich mach jedes Level, also mehr als ein Level schaff ich nicht in einem Part, um ehrlich zu sein. Außerdem werde ich nach diesem Let's Play die Star Wars sowieso nie wieder zocken, also denke ich mal, ist das gerechtfertigt. Oh, fuck it. So. Jetzt. Dankeschön. Puh, okay. Ähm, wann hab ich angefangen? 13, ich denk mal 10 Minuten passt. Ähm, wir sehen uns in Level 2 hier bei der Star Road Kaizo 1. Das nächste Mal wieder, also bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.